Rote Rosen, Jodis zieht die Reißleine, und trennt sich von Klaas. Weil Jodis eben diese Stand der Dinge zusammen mit ihr, Klaas und Valerie ausweglos erscheint, fasst Selbiger einen drastischen Entschluss, sie trennt sich von Klaas. Valerie hat es für wahr geschafft, Klaas eben diese Motorradtour mit Jodis durch Botswana auszureden. Und plant ihren Abschied. Fast viel zu tardiv merkt er, dass Selbiger ihn neuerlich manipuliert hat. Währenddessen wird Jodis klar, dass es Valerie neuerlich beachtenswert ist, sich zusammen mit Selbiger und Klaas zu drängen. Ihre Ausdauer ist an dem Ende, in langsamem Tempo kann Selbigen nicht mehr. Liebes aus zusammen mit Jodis und Klaas und so kommt es. Denn es besuchen muss, Jodis trennt sich von Klaas. Der ist völlig geschockt. Doch trotz des Trennungsschmerzes hält Jodis an ihren Plänen Stahlhardt und beschafft ihre Afrika-Lehr-Ausflug weiter, schon blank Klaas. Als Selbige jedoch mitbekommt, denn Valerie langanhaltend weil Klaas herumschwirrt, ist Selbige zutiefst getroffen. Auf der Suche hinter Trost wendet Selbige sich an ihre Familie, an irgendeinem Ort Selbiger ihren Gramm zumindest für ein paar Stunden vergessen kann. Während Jodis demgemäß auf ein neues Ereignis in Afrika hinfiebert, setzt Klaas Valerie klare Grenzen, sie soll sich endlich eine neue Appartement suchen. Ob Valerie dasjenige für was tut und denn sich eben diese Stand der Dinge in dieser 3x-Konstellation weiterentwickelt, erfährt man in den kommenden Wochen zusammen mit Rote Rosen.